In diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie Ihre Audio-Hardware richtig installieren. Wenn Sie Audio aufnehmen möchten und dazu ein Headset oder Interface über USB verwenden, sollten Sie darauf achten, dass Sie dies in der richtigen Reihenfolge tun. Es passiert des Öfteren im Eifer des Gefechts, Sie wollen aufnehmen, aber Ihre Software erkennt Ihr Headset oder das Interface nicht. Was stimmt nicht? Der Stecker steckt im Rechner. Vielleicht haben Sie in diesem Fall zuerst das Programm gestartet und danach den USB-Stecker von Ihrem Headset oder Interface in den Computer gesteckt. In diesem Fall müssen Sie das Programm noch einmal schließen und wieder öffnen. Gehen Sie dann in Ihre Audio-Einstellungen, dort können Sie nun Ihre Audioquelle auswählen. ,! Musik Neib Covid 何 Grenade Vielen Dank.